Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Bahnbrecher-Podcasts Powered by Enmore. In dieser Folge werden wir dir die Umkehrmethode oder Kopfstandmethode erläutern. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Ja, wie erwähnt, heute ist das Thema die Umkehrmethode oder Kopfstandmethode. Diese beiden Begriffe werden synonym verwendet und hierbei möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir anfangs von Techniken, Methoden und Theorien reden. Bei der Umkehrmethode bzw. Kopfstandmethode handelt es sich im Grunde genommen um eine Technik nach unserer Definition. Viele andere teilen genau diese Auffassung, jedoch ist diese Begriffsbeschreibung, die Benennung der Technik irgendwie immer mit einer Methode verbunden, obwohl es sich in dem Gesamtzusammenhang des Innovationsmanagements, so wie wir es auffassen, eher um eine Technik handelt, die angewendet wird und ein Ergebnis ausspuckt. Bei der Umkehrmethode oder Kopfstandmethode handelt es sich um eine Kreativitätstechnik, die dazu fördern soll, möglichst viele und gute Ideen zu kreieren. Jedoch unterscheiden sich viele Techniken auch voneinander und diese Differenzierung wollen wir nun herausarbeiten. Der explizite Nutzen der Umkehrmethode ergibt sich daraus, dass wir versuchen, Dinge, die eigentlich positiv zu beantworten sind, ins Negative drehen. Dadurch ergibt sich insbesondere für bestimmte Personenkreise oder bestimmte Fragestellungen eine einfache Möglichkeit, diese Frage zu beantworten. Anstatt den direkten Weg zu wählen, diese Fragestellung, die wir aufschreiben und notieren, zu beantworten, machen wir einen kleinen Umweg und über die doppelte Verneinung kommen wir dann im Endeffekt wieder zur Beantwortung der Frage. Diese Technik kann insbesondere bei Gruppenarbeiten angewendet werden und hilft besonders da, wo Gruppen eine relativ negative Einstellung zu einem Thema haben oder, so wie wir es identifiziert haben, bei Verhaltensbeschreibungen. Denn unser Gehirn ist komischerweise darauf trainiert, bei Verhalten das nicht wahrzunehmen. Das heißt, tu das nicht, mach dieses und jenes nicht. Das heißt, es fällt uns bei Verhalten insbesondere einfacher, das Negative zu formulieren, als Verhalte dich so und so. Ein Beispiel davon werden wir am Ende des Podcasts auch durchgehen. Hierzu gehört zum Beispiel das Verhalten im Büro, wie Services gestaltet werden sollen oder auch die Technik. Alles Punkte, bei denen es uns leichter fallen würde, negative Aspekte aufzuzählen als Aspekte, wie es gut wäre oder wie es sein müsste. Und manchmal kommt man über diesen Gedankengang auch zu neuen Schlüssen. Nun zur Durchführung der Methode. Als erstes gilt es, die offizielle Fragestellung festzuhalten. Dann geht es darum, diese Fragestellung ins Negative umzukehren. Ich werde dies nun an einem Beispiel deutlich machen, und zwar dem Verhalten im Büro. Genau genommen, wie sollte man sich in einem Büro verhalten? Die umgekehrte Fragestellung würde nun lauten, wie verhalte ich mich möglichst schlecht im Büro? Und ich glaube, da fallen uns einem schon einige Beispiele ein, was man auf jeden Fall nicht mag bei anderen Personen, wie sie sich im Büro verhalten. Und genau auf diese Denkweisen können wir zurückgreifen. Und genau daran müssen wir uns auch immer erinnern, wenn wir in einer Gruppe von Personen sind, wo wir genau solche Techniken anwenden wollen. Die Aufgabe eines Innovationsmanagers oder Innovationsberaters ist es dann, dieser Fragestellung bzw. Aufgabenstellung bzw. Problemlösung die passende Methode zuzuordnen, um möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Um nochmal darauf hinzuweisen, wir haben die eigentliche Fragestellung formuliert, haben die umgekehrte Fragestellung nun formuliert und wollen nun die umgekehrte Fragestellung beantworten. Für unser Beispiel, wie verhalte ich mich möglichst schlecht im Büro, wäre zum Beispiel, ich öffne das Fenster einfach, ohne andere Leute zu fragen, obwohl es draußen kalt ist. Ich schalte die Klimaanlage auf minus 10 Grad, ohne vorher andere Personen zu fragen. Ich bin laut am Telefon, ich esse am Arbeitsplatz und stoße dabei unangenehme Gerüche aus und, und, und. Ihr seht, es fällt einem relativ leicht, da negative Dinge aufzuzählen. Um nun die zweite Umkehrung einzuführen, können wir diese Antworten nutzen, um sie ins Positive umzukehren. Sprich, ein korrektes Verhalten am Arbeitsplatz bedarf der Einbeziehung anderer Mitarbeiter. Ich nehme Rücksicht auf meine Mitmenschen. Ich frage vorher. Ich kommuniziere viel. Genau diese Aspekte lassen sich aus diesen negativen Fragestellen herauskristallisieren und es fällt uns deutlich leichter, diese Frage zu beantworten. Ein Praxistipp zum Schluss. Das Tolle an dieser Methode ist, dass sie sich auch ohne große Vorbereitung einfach in Meetings integrieren lässt, dem zum Beispiel die Führungskraft bzw. der Meetingleiter eine genau solche negative Fragestellung formuliert, dem er die Worte verwendet. Lasst uns doch mal drüber nachdenken, wie wir die umgekehrte Perspektive betrachten können und die Fragestellung ... beantworten. Ich kann dir garantieren, dass die anderen im Raum erstmal verdutzt gucken werden, aber das Ergebnis wird dann für die Anwendung der Methode sprechen und das führt auch zur zukünftigen Akzeptanz. Und man kann davon ausgehen, dass man das Meeting mit einem Ergebnis verlässt. Ich wünsche euch viel Spaß beim praktischen Ausprobieren dieser Technik. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact-at-enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.